Herzlich Willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft Story Models Bitte bringen Sie Ihren Stuhl in eine vernünftige Position und Attacke Wir haben jetzt hier unsere sechs Blöcke Aber nichts um drinnen zu craften Laufen wir jetzt einfach mal hier Ach, oh, weiß Let me just take another look at the instructions Nothing I can't handle One block down, five to go I just hope that Soren's watching wherever he is Nein Wie rum wir das bauen sollte doch eigentlich egal sein, oder? Jetzt haben wir da das L und da noch einen Oh, es ist wohl nicht egal Willst du mich jetzt gerade verarschen? Irgendwie ist das jetzt gerade dezent Und passend hier So, dann halt den jetzt Ich dachte, es wäre vielleicht egal, in welcher Reihenfolge wir da kommen Oh, es ist wohl nicht Nothing to see here, guys Just walk away Okay, they're not walking away Definitely not walking away I am sorry about this, but it has to look real I don't think it'll bruise Your face, I... These suits were built with durability in mind You must be Soren Well, I am, but must I be? I'm not sure if I want to sometimes Sometimes I'd prefer to be anything but Soren Like a donkey, for example You have to help me Well, I just did You hit me, hard, in the face You upset the Enderman And I got you to safety By the way, as far as introductions are concerned This is not going very well We're in danger Oh, what else is new? Whatever your issue is Whatever your problem It has occurred before And has been solved before Well... Even so, what do you need me for? I've gone out of my way to avoid these types of problems I don't even remember what it looks like up there Help me save the world How? The Formidabomb There's a witherstorm on the loose and it's eating the world Ah, I see, you misspoke You don't need me You need my stuff I've found that when you give people what they want They turn on you They become resentful Who turned on you? All of them! It's why I prefer Enderman They always do what you expect Almost to a fault You're a stranger And what you're asking for is too dangerous I have the amulet What? Gabriel gave it to me Gabriel? Gabriel asked me to reassemble the Order of the Stone The Order of the Stone? They asked for me? I've always known they needed me But I was never sure if they wanted me Gabriel is your friend Hmm... I don't know Does he ever talk about me? Uh, sure What kinds of things do they say? Specifically Give me an example That you were missed Really? Maybe it was more missing You have to read between the lines Yes, yes you do But what about you? Are you my friend? As long as we're on the subject Sure That's the best thing I've heard in years Admittedly, it's not a very high bar Don't worry I'm going to help you Because that's what friends do Before we leave I'm going to give my old friends a gift The gift of song Gary may seem scary But he's a swell guy Sally dilly dally Give her credit she tries They might look the same To the untrained eye Yeah, let it But that's a lie And so I say Wait, is that Are you Soren Whoa Nice to meet you, Soren You look Terrible Later Seems a bit odd They've never been inside before Look away You've upset them You've altered their behavior Okay, let's go And the hits just keep on coming Normal I wasn't expecting so many house guests There's no way I have enough seashell soaps for all of them How are we supposed to get out of here Ernsthaft? Do you think you're thinking about seife? We need to come up with a plan And not our usual We'll come up with a plan When we have to Oh wait, now we have They can't hurt us if we don't look at them, right? So we just keep our eyes closed Forever One constant about Endermen is that they hate water If we can force that fountain to overflow somehow Jesse, you still have the Enderman suit Put that on and you'll be able to safely reach the fountain Stell dich nicht so an, man Du bist ein Held Wir sind Helden, man Also Attacke Und immer auf die Füße Immer auf die Füße Bester Kommentar der Welt Versuch nicht zu sterben Oh no We're gonna die Wir machen einfach den zweiten Grund Kaputt Wir machen das schon Ist doch alles easy Wir sind halt Hauptberuflich Held Wie im wahren Leben Da bin ich auch Hauptberuflich Held Woa Na also Why Fountain number two Prepare to meet your doom Okay everybody, let's go Jo, der größte und stärkste rennt darum wie so ein Mädchen Ja What's the hold up Oh Oh They're everywhere How are we supposed to get through this Ach so, hier nicht so ein Regen I mean physically I mean physically And psychologically Say we somehow make it I'm wearing the Enderman suit So I'll go first Just grab on to me I guess if this is the only way We're gonna make it back to the trap door Alright Here comes the Polonaise Lalalalalala Lalalalalala Und der Luca packt uns Und sieht von Von hinten an die Schultern Maybe we should, uh, turn around Or not Da hinten ist gerade eine ganz doofe Idee Okay This guy's right in my base Ja, dann hol mal rein Das ist auf jeden Fall sehr geil gemacht, dieses Game, man Quick in the water Ja 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 In the water In the sea Oh When I constructed this place I worried about how plannable my building material was So I installed a fire suppression system To prevent the whole thing from going up in flames Ja So there is more water? Much more If we activated It could disperse all these Endermen While we swim to safety Can we reach the controls from here? Auf gehen The lever It's right up there Kein Thema Wir regeln das Yeesh Ich I don't know how much water this thing is going to kick out, so everybody It's working Well done, Jesse Now time to swim to that trapdoor Right Come on Hurry Just swim, 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 swim Just swim, 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 swim Just swim, 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 swim Just swim, swim, swim Come on You'll find this We'll try not to get the water out of the river Yeah, that's right Well there's enough We'll try to get the water out of the river No one That was a gap We'll try not to get the water out of the river Probably get the water out of the river Jetzt können wir bestimmt den Enderman-Anzug nachher in unserer Hütte auf den Ständer stellen. Das ist nicht so viel Spaß, aber wir holen die Vermittabomb und weg von hier! Eine kleine Probleme? Ich meine, wirklich? Was ist das? Ich habe eigentlich noch eine kleine Probleme. Das ist eine kleine Probleme? Sie sehen, wie eine Person, die kreischt was kreischt, was kreischt für keinen Grund? Danke? Geh jetzt und schau mal die Hütte hinter dir! Jesse! Das ist geil! Woh! Hammer drauf! Hahaha! Geil gemacht! Er trampelt einfach mal ganz entspannt auf die Spinne drauf! Ich denke, es sagt, Olivia sollte mehr nehmen als Axel. Aber warum? Denn sie ist cooler! Wollen wir her nehmen? Und bei ein paar, du sagst all, richtig? Ich werde einfach den Super TMT. Es ist da oben da. Wie sollst du da oben da oben? Ich habe meine Schritte. Das ist cool. Oh, und fühle dich frei, sich selbst zu helfen. Mach nur sicher, dass du ein Augenblick auf den Schraubladen brauchst. Wir brauchen die Formida-Bomb. Okay. Dann durchsuchen wir mal alles, was wir brauchen. Alle Kisten. Und dann gucken wir, dass wir alles mitnehmen, was wir gebrauchen können. Ein bisschen Eisen oder so wäre ganz nett. Das ist ja schon so ein kleiner Kleptomane, ne? Ist ja schon so ein kleiner Kleptomane, ne? Warum können wir noch die Kisten noch nicht dran? Wie ist nix? Knopf drücken wir aber noch nicht. Erstmal... Oder? Ach doch, komm, wir drücken mal den Knopf, gucken was passiert. Ich glaube, das ist unser Weg nach Hause. Also raus. Nicht nach Hause, aber zumindest raus. Cool. Hey, Sorin? Jesse! Ich denke, ich habe fast genug genug Blatt. Glad zu hören. Und Jesse, ich bin sorry für nicht das Ort zu halten. Das ist sehr schrecklich. Und das ist mein Super TNT. Wait. Aber ich dachte, Super TNT war das Vermittabon. Of course nicht! Das sind zwei komplett verschiedene Worte, nicht? So, was ist Super TNT, genau? Well... Es ist nur noch einer meiner Marvellous Impossible Objekte. Wenn es Impossible ist, wie sollst du es in der ersten Stelle machen? Remember, Jesse? Ich habe die Ender-Drage. Ich habe die Ender-Drage. Ja, deswegen haben wir acht Stück. Nein, 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 nein! Die Ingedienste sind sehr unverstanden. Auch wenn sie in nahe Proximität zu uns ist, ist ein Risiko. Okay, gut. Wir haben noch nicht die Vermittabon, aber zumindest haben wir die Ingedienste, um sie zu bauen. Und jetzt haben wir sie, wir... Wir? 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 ... Hm-hm. Ich hätte ja gedacht, hij, da... zumindest ein bisschen Eisen mitnimmt oder so, bevor uns mal ein besseres Schwert bauen oder Rüstung oder so. Hatte ich zumindest gehofft, das war so ein bisschen Eisen mitnehmen für Rüstung, für ein Schwert. Aber irgendwie, wohl nicht so. Tschüss. Ich hau auch freiwillig ab, dann ist der komische Sturm da. Eisen Schwert wäre besser gewesen. Egal, hierher? Showing up just in time to hold up the trophy, huh? Are you gonna help us take on the Witherstorm? Ha, help you? You're gonna help me. Uh, we've been fighting this entire time. Uh, what's going on? You don't have to worry about the monsters. They're running away. Worry about what they're running away from. I feel like that got bigger. It did. Let's do this. Soren? It's him. It's you. Hello, old friends. Alter, ist das Ficht schon riesig geworden. It's time to go. We only get one shot at this. Remember, once the Formida bomb is crafted, it'll explode in a matter of seconds. It means whoever is doing the crafting will be in great danger. I was hoping, well, perhaps we could draw straws. Hello, come. Haha, don't look at me. I think I may have tweaked an angle earlier, so... This is my chance to step up. Perhaps. Wir machen das, wir sind gut. I'm going to set off the Formida bomb. So, aber... Das sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Haut rein.